Und hier habe ich jetzt schon mal ein Update für euch. Ich habe nämlich den ersten Farbwechsel so langsam mit drin. Ihr seht ja, das Knäuel ist durchgefärbt. Also da sind keine Knoten drin, sondern es sind so langsame, ebenmäßige Farbwechsel. Und das sieht man hier auch jetzt sehr, sehr schön. Von diesem leichten Orange noch rüber jetzt zu dem Blau. Und auch das Muster kommt jetzt schon sehr, sehr schön raus. So ihr Lieben, inzwischen ist das Tuch noch um einiges mehr gewachsen. Und ihr seht jetzt wirklich diese traumhaften Farbübergänge hier. Wirklich super, super schön und auch richtig schön langsam nach hinten raus. Also je mehr das Tuch eben breiter wird, desto schmaler werden dann natürlich auch die Streifen. Das seht ihr hier einmal bei diesem blauen Streifen, der auch wirklich sehr breit ist. Und dann wird das Ganze immer schmaler.